Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1v1 Ranked Game, habe mich für Human entschieden, den mein Gegner spielt, Night Elf und das Ganze auf der Map Hammerfall. Ja, endlich mal kein Human Mirror, muss ich persönlich sagen, auch wenn ich das relativ gerne spiele, aber war mir in letzter Zeit doch ein bisschen zu viel. Also ich bin froh, dass es jetzt mal Nacht Elf geworden ist. Ja, wird wahrscheinlich wieder der Demon Hunter first. Ist ja jetzt wirklich Standard geworden, gerade gegen Human. Von der Zeit hat man noch den Keeper Andornd gesehen, aber nun gut. Stellen wir uns schon mal auf den Demon Hunter ein. Und dann mal sehen. Persönlich gehört das aber zu den Match-Ups, die ich auch relativ gerne spiele, muss ich sagen. Gegen Night Elf komme ich ziemlich gut klar. Kann man halt recht gut expandieren, finde ich. Arbeit ist vollbracht. Und ja. Mal sehen. Ich hoffe, es wird ein Sieg. Man hat es am Anfang gesehen. Statistik ist mal wieder total verbuggt. Jetzt stehe ich glaube ich 1-0. Na gut. Also die ganzen Quali-Games, die ich gemacht habe. Und ja, keine Ahnung. Danach habe ich ja auch noch 2-3 Games gemacht. Irgendwie die Hälfte. Naja, was heißt die Hälfte? Fast alle nicht gewertet. Also ich stehe 1-0 jetzt. Ja. Kann ich aber auch ganz gut mit leben. Auf die MMR habe ich jetzt gar nicht geachtet. Eigentlich stehe ich so bei 5300, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch Buggy ist. Oder ob das wenigstens richtig zählt. Ist aber auch los. So, ich spiele den ArcMage first. Nehme Meldescher mit zum Creepen. Den Foodie habe ich mal runtergeschickt zum Scouten. Ich werde jetzt mal nochmal gucken, was wir hier drauf haben. So, Foodie hat ordentlich Auge gekriegt vom Demon Hunter. Es ist natürlich der Demon Hunter. In Kombination mit der Arc schon. Ja, werden ja auch fast immer gespielt. Also gibt es ja noch ganz, ganz selten noch, dass Knight-Elf Hunter spielt. So, ihr bleibt da. Ein paar Claws auf Attack. Die nehmen wir super gerne. Und ich brauche wohl doch einen ziemlich frühen Shop. Haben zu viel Schaden alle hier beim Creepen genommen. Die schadenden Einheiten schicke ich mal zurück. Hab ja extra einen Tower hinten reingebaut. Ja, so viel passieren kann da nicht. Nehmen wir erst nochmal einen kleinen Creep-Spot. Jawohl, mein Loch. Ja, bin ich ja mal gespannt. Na, der Perch. Schon wieder ein wenig großer. Das heißt, mein Water Element ist gleich Geschichte. Und was Sägewerk. Und aufmerksam. Zuschauer, es wird jetzt bestimmt aufgefallen, was ich vorhabe. Das wird nämlich wieder eine Fast-Exe. Deswegen das frühe Sägewerk. Und deswegen noch kein Tech. Sehr spät für einen Tech. Was auch immer. Nun macht schon. Arbeit ist vollbracht. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist es diesmal? Aber das Risiko gehen wir ein. Ihr braucht meine Hilfe. Alle Mann rüber. Ja, mein Lord. Arbeit ist vollbracht. Müllischer mitziehen. Was ist? Ruhig ein paar mehr. Richtig. Als Probleme habe ich im Moment noch überhaupt keine. Und dadurch, dass ich gleich das Sägewerk habe, bleibt sie auch dabei. Was braucht ihr? Nun macht schon. Ja, mein Lord. So, kein Scout Risp hier. Das ist für mich schon mal ein gutes Zeichen. Ja, mein Lord. Auch nichts beim Creepen verloren. Was ist das diesmal? Nun macht schon. Ich kann es kaum erwarten. So, und jetzt gehe ich mal kurz runter. Ich kann hier nicht bauen. Ja, mein Lord. Mehr Arbeit? Was ist? Na gut. Ein paar Tower bauen wir wie immer trotzdem. Na gut. Was ist? Ja, mein Lord. Und jetzt die Schmiede. Das war gleich das Gold. Wow. Da ist er gerade. Leute. Lässt ein paar Gloss liegen. Da freut sich der Rami. So, und dann brauche ich unbedingt Defend gegen die vielen Archer. Echse kriege ich auf jeden Fall locker durch. Oh, meine Hilfe. Nun macht schon. Für den Ruhm. In den Kampf. Warte, Waterlement schnell weg. Weil er geht full of Hero-Bogos. In dem Fall finde ich das aber gar nicht so schlimm. Sag das Zauberwort. Arbeit ist vollbraucht. Was braucht ihr? Jawohl, mein Lord. Befehle. Und sogar einen Archer gekriegt. Ach, kriege ich den auch. Okay. Nice, läuft. So, Defend. Ich kann also quasi nur noch der Diminanter richtig Schaden an der machen. So, kommt. Zack, zack. Jetzt weh ins Holz. Wir switchen mal auf Rifle-Man. Forschung abgeschlossen. Da bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall noch ein paar Arbeiter ins Holz. Gehen wir noch mal einen kleinen Creep machen. Wenn ein paar mehr Rifle-Man da sind. Dann gehen wir die größten Creeps an. Nicht wundern, dass ich die Tower da nicht ausbaue. Aber ich brauche das Holz für einen Tag. Solange er sich nicht bei meiner Echse blicken lässt. Boah, geile Items. Ich würde sich der Diminanter tierisch drüber freuen. Aber die Klaus hat er mir ja freundlicherweise liegen lassen. Was ist das diesmal? Mal gucken, ob er expandiert. Nö, macht er nicht. Okay. Gehen wir mal kurz auf Angriff über. Ihr braucht meine Hilfe. Ich muss mich den Tag noch nicht durch haben. Da, er hat den Tag schon durch. Spielt Talons, wie es aussieht. Oder Kripo-Raiter kann natürlich auch sein. Second Hero Deport. Genau. Boah, volle Granaten wieder Hero-Focus. Ist so verrückt. Hat der Mana-Barn fast noch erreicht. In Ordnung. Die zwei Footy-Store unten, die Opfer ich einfach nochmal. Oder. Kommt vielleicht auch sogar weg. Schicke ich da oben hin. Einfach nur, um ihn ein bisschen abzulenken. Und geschlossen. Mehr Arbeit. Unsere Streitkräfte. Wir werden erraten und entsichert. Was ist das diesmal? So, aber meine arme Arkmage, der muss aufpassen. Also später auf jeden Fall nur einen Verwundbarkeitsdrank kaufen. Ich kann es kaum erwarten. Ihr braucht meine Hilfe. Nun macht schon. Aye, Sir. Was ist das diesmal? Ja, Heiltrank habe ich noch nicht zur Verfügung. Erst wenn der Tech durch ist. Aber ich muss weiter creepen. Zu ängstlich spielen darf ich nicht. Gerade gegen den Demon Hunter. Wenn der hier die halbe Map wegcreept, wird es gefährlich. So, aber Tech ist durch. Ne, war der Tower. Na komm. Jetzt der Tech durch. Ich gehe gleich weiter auf Tier 3. Dann weiter das Holzabbau nochmal. Na, kann das Sankt rum. Und davon baue ich diesmal sogar zwei. So, ein Ex ist relativ safe. Boah, noch mal Klaus. Bist du verrückt. Also bei Itemlack kann ich mich in der Runde nicht beschweren. Gut, jetzt brauche ich nur dringend ein paar Priest. Was ist? Was ist? Arbeit ist voll krach. Ich kann hier nicht bauen. Weil sowas hier immer schön die Mini-Map im Auge behalten. Nicht, dass er da blind links in den Gegner reinläuft. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ganz wichtig. Habt ihr jetzt schlize mich? Forschung, was ist das diesmal? Und ich spawne jetzt auch kein zweites Water-Element. Arbeit ist voll krach. Spare ich mir das Mana. Was ich da später im Fight traue. Aber ich spawne jetzt auch nicht. Forschung ist abgeschossen. Arbeit ist voll krach. Du macht schon. Was ist das diesmal? So. Arbeit ist voll krach. Das ist Roll of the Beast. Das ist das Gebrüll der Bären. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt gehen wir hier richtig schön. Da kommt ihr beorten. Beorten als Zitterheld. Okay. Aufpassen wegen Hero Focus. Wir haben noch keinen Unverwundbarkeitstank dabei. Er hat wirklich volle Granate hinterher. So, holen wir uns doch hier mal einen Unverwundbarkeitstank. Das ist schon krass. Geht hier nur auf Hero Focus. So, verliert aber seine komplette Armee. Arbeit ist vollbracht. Ausbauen abgeschlossen. Ihr braucht meine Hilfe. Tippitoppi, ne? Auch wenn meine Artmatch jetzt... Ne, ich porte lieber. Was ist das diesmal? Nicht, dass mich da der Mana Burn noch killt. Ihr braucht meine Hilfe. So, können wir richtig schön shoppen. Da bin ich ja mal gespannt. Ihr braucht meine Hilfe. Armee ist schon Stufe 5. Forschung abgeschlossen. Um dieses Land zu locken. Alter, halt, halt. Erstmal raus, hier umglockt sich alles ein bisschen gegenseitig. Da bin ich ja mal gespannt. Es ist mehr Gold, erforderlich. Perfekt. So. Hier mal der Mountain King. Die ganzen Claws und so weiter und so fort. Und den Staff bekommt der Archmage. St. Paladin als Second Hero Inneres Feuer. Und verzüttelt meine Hilfe. Und dann sieht das Ganze schon verdammt gut aus. Was auch immer. Was auch immer. In Ordnung. Nächsten Shop freimachen, wenn er das noch nicht getan hat. Was ist das diesmal? Ich will was machen, Job. So, und den Archmage wegziehen. Damit der Mountain King die komplette Erfahrung bekommt. Ist meine Hilfe von oben. Warte, wenn du mich in Aktion schickst. Alles mindestens ausweichend verkaufen wir mal. Wollen wir uns einen neuen Unverwundbarkeits-Tank. Wollen wir uns einen neuen Unverwundbarkeits-Tank. Wollen wir was zu tun? Genial. Ihr braucht meine Hilfe? Ich kann es kaum erwarten. So, da kommt doch endlich der Fahrladbrot. Da bin ich ja mal gespannt. Und da ist er wieder. Schweren dabei. Ja, wieder voll auf Hero-Fokus. Oh. Schlippt tatsächlich mein Monkey. Okay. Hätte ich raus-stuffen können. Hab aber auch versucht wegzurennen. War nicht so die beste Idee. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. So. Und was macht man gegen Schimären? Als Human. Na klar. Hero-Kopter. Ich habe keine Angst. Nun macht schon. Was ficht euch an? Ich bin euer Verdienst. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja, mein Freund. Klares Feuer haben wir jetzt auch. Was ist das diesmal? Fehlend Feuer, die Spillen. Dass er mich nicht die ganze Zeit sieht. Okay. Mehr Arbeit. Wichtig. Wer ist die mein Verletz? Da bin ich ja mal gespannt. Was ist das diesmal? Ich kann das Chaos machen. Ein einsamer Rifle-Männer. Wer hat noch ne? Ihr braucht meine Hilfe. Wer ist meine Hilfe? Das ist auch fies. Das hat auch keine Lust mehr zu kommen. Nun macht schon. So, 71 Supply. Das sieht auch schon gut aus. Und Heilschutz. ist sowas sehr schön. Forschung abgeschlossen. So, noch ein paar Sorcerers. Weiter mit Gyrocopter. Und dann ist er schon richtig fette jungen Armee. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. So, auf jeden Fall ein paar Kerzen. Bisschen unten hin. Tauer sind nicht so wichtig. Dann kriegen wir die Worte. Dann kommen, kommen, kommen. Dann will er fighten. Bisschen Lockenhof vielleicht nochmal. So, ich hoffe, er will fighten. Jupp. Das war nochmal ein Healing Award. Okay. Okay. Wunderbar. Was ficht euch? Gevor ich Go mache. Erstmal ein neues Town-Tortel. Darf man nie vergessen. Das passiert auch im Resten Meilen. Aber das kann ganz böse nach hinten losgehen. Da bin ich ja mal gespannt. Was? Wir sind gestartet. Ich gehe dann mal. So, dann expandiere ich da unten einfach weiter. Die Magieströme sind heute lang. Ja, mein Lord. Im Moment habe ich schon klaren Vorteil. Oh, ihr seid es. Ja. Zwei, vier, sechs, sieben Gruppen. In Ordnung. Perfekt. Ich warte da bei seiner Echse. Okay. So, das war es mit der Warden. Das ist mein Staffman rausbekommen. Ich habe keine weiteren Schmärchen gebaut, wie es aussieht. So, dann bauen wir die Bomben raus. Ich springe zwar gegen Einheiten jetzt nicht so viel, aber gegen Gebäude doch nicht stark. So, und da gehen wir jetzt auch erstmal drauf. Hilfe? Nein! Das war es mit seiner Echse. So, so ein paar Tauber. Oh, mein MK. Nein! Was macht denn der da unten? Könnte er mir das mal verraten? Das ist so, wie groß ist das? Also, so, ganz böse Mikrofehler. So, egal. Beide, auch im Morning King. Oh, woher ist der Flugplan? Oh, woher ist der Flugplan? Oh, man hat's voll lang? Hier verlieren! Und lasst mich der Gefahr durch. Was ist das Diesel? Oh, Mann. Das ist ja immer noch mit dem Hero-Probus. Ihr braucht meine Hilfe? Ist meine Hilfe von nüchtern? Da bin ich aber gespannt. Wer ist denn in der Aufraum gesehen? Aber wir sind in der Aufraum. Unsere Spurkarte werden angegriffen. Schatz 2! Ich habe einen! So. Auf Goldine war überhaupt nicht mehr viel drin, wer gesehen hat. Ich glaube 480 oder sowas. So, sehr schön. Meine zweite Exe läuft gleich. Die 100er muss sporten. Okay, es sieht verdammt gut aus. So, Vorsicht hier. Zu weit rein. Wenn ich jetzt noch durch irgendeinen dummen Fehler hier das Gameboss ankebe. Da bin ich ja mal gestoppt. Was ist es diesmal? Hör du? Unsere Freunde haben die Karte gestoppt. Was braucht ihr? Feuer! Ja, mein Freund. Nun mach es doch. Ah, kommen die Detonates. Ich kann es kaum erwarten. Ah, ne. So einfach rein komme ich da nicht. Kommt der erste Knight. So, Mountain King auch wieder da. Ihr braucht meine Hilfe. Jetzt geht's scharf. Kommt echt nochmal weg. Was? Was ist? Forschung abgeschlossen. Ach komm, schicke ich alle runter. Ja, mein Lord. Unsere Streikkräfte werden angegriffen. Die Magieströme sind halt. Was ist es diesmal? Forschung abgeschlossen. So, bottom. Fade. So, den Knight retten wir nochmal. Und jetzt der... Demon Hunter fällt in diesem Augenblick. Gegner geht raus. Runde gewonnen. Na, was soll das? Aufstieg in Duelland ist klar, ne? Alleine schon, ne? 5.200. Ne, passt alles irgendwie nicht. Alles ein bisschen buggy. Aber das sind wir ja gewohnt. Gut, Stats. Das sieht natürlich wunderbar aus. 2.0. Ja, meine lieben Zuschauer. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar, wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo oder ganz besonders auch über eine Kanalmitgliedschaft freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Aram. Euer Aram.